Dustin Lee Hoffman 8. August 1937 in Los Angeles, ist ein US-amerikanischer Schauspieler und unter anderem mehrfacher Golden Globe-Preisträger. Für seine Rollen in den Dramen Kramer gegen Kramer und Tränen gewann er je einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Er zählt seit Mitte der 1970er Jahre zu den führenden Charakterdarstellern des US-amerikanischen Films. Leben Hoffmans Vater arbeitete als Ausstatter für verschiedene Hollywood-Studios. Hoffmans Bruder spielte 1939 eine kleine Rolle in Frank Capras Filmklassiker Mr. Smith geht nach Washington. Dustin Hoffman, der von seiner Mutter nach dem Stummfilm-Schauspieler Dustin Phanum benannt wurde, wollte ursprünglich Pianist werden und studierte am Santa Monica City College Musik. 1956 brach er seine Ausbildung ab und nahm Schauspielunterricht am Persadena Playhouse. Ich begann mit der Schauspielerei, weil ich dabei Mädchen kennenlernen konnte, bekannte der Schauspieler später. Am Persadena Playhouse traf Hoffmann auf Gene Heckmann, mit dem er seit dieser Zeit gut befreundet ist. 1958 zog er nach New York City und setzte sein Schauspielstudium am renommierten Actors Studio fort. Zeitweilig teilte er sich mit Gene Heckmann und Robert Duvall ein Apartment. Die drei Schauspieler hatten während dieser Zeit große Schwierigkeiten, an Rollen zu kommen. Bis ich 31 war, lebte ich unterhalb der offiziellen amerikanischen Armutsgrenze, sagte Hoffmann hierzu später. Seine erste Bühnenrolle erhielt Dustin Hoffmann in dem Stück Yes is for a very young man von Gertrude Stein. 1961 gab er mit A. Cook for Mr. General von Stephen Getters sein Broadway-Debüt. Für seine Darstellung in The Journey of the Fifth Horse von Ronald Rebmann erhielt er 1964 einen Obie Award, für Farce, E., einen Theater World Award und den Drama Desk Award. Hoffmann spielte danach kleinere Fernsehrollen und debütierte 1967 in Hollywood. Im selben Jahr gelang ihm mit seinem zweiten Film, Die Reifeprüfung, der internationale Durchbruch. Dustin Hoffmann war von 1969 bis 1980 mit Anne Byrne, einer Tänzerin, verheiratet, mit der er eine Tochter hat und die eine weitere Tochter in die Ehe brachte. Zwei Wochen nach seiner Scheidung heiratete er die 17 Jahre jüngere Anwältin Lisa Gottsegen. Das Ehepaar hat zwei Söhne und zwei Töchter. Vier seiner sechs Kinder sind ebenfalls Schauspieler. Werk 1967 erhielt der bis dahin unbekannte Dustin Hoffmann die Hauptrolle in Mike Nichols' Film Die Reifeprüfung, The Graduate, der zu einem weltweiten Erfolg und einem Klassiker des New Hollywood-Kinos wurde. In der Rolle des College-Absolventen Benjamin Braddock wird er von der doppelt so alten Mrs. Robinson Anne Bancroft, verführt, verliebt sich aber in deren Tochter. Als sympathischer Anti-Held traf Hoffmann das Lebensgefühl junger Kinogänger und wurde zum Star einer neuen, und glamourösen Schauspieler-Generation, deren Protagonisten nicht mehr dem klassischen Idealbild des Hollywood-Stars entsprachen, sondern Wert auf realitätsbezogene Darstellungen legten. Für die Rolle erhielt Hoffmann eine Oscar-Nominierung. Nach Die Reifeprüfung war Hoffmann in unterschiedlichen Rollen und Filmen zu sehen. Er erwarb sich den Ruf eines wandlungsfähigen Perfektionisten, der keine Herausforderungen scheute und sich akribisch auf seine Darstellungen vorbereitete. Bei den Dreharbeiten zu Die Reifeprüfung war Hoffmann schon 30 Jahre alt, verkörperte aber sehr glaubwürdig einen 20-Jährigen. In dem Sozialdrama Asphalt-Cowboy spielte er 1969 neben John Voight den todkranken Straßengenowin Ratso Rützo und erhielt dafür seine zweite Oscar-Nominierung. In dem komödiantischen Anti-Western Little Big Man, 1970, war er als Veteran der Indianerkriege zu sehen und stellte den Protagonisten Jack Crabb in der Lebensspanne von 17 bis 120 Jahren dar. Für die Rolle des Sträflings Louis Degger in dem gefangenen Drama Papillon magerte sich Hoffmann 1973 bis fast auf die Knochen ab. 1974 verkörperte Hoffmann den Entertainer Lenny Bruce, der für seine provokanten Auftritte bekannt war, in der Filmbiografie Lenny von Bob Fossey und 1976 den Journalisten Karl Bernstein neben Robert Redford als Bob Woodward in dem Watergate-Drama Die Unbestechlichen. Im selben Jahr spielte er in dem Thriller Der Marathon-Mann von John Schlesinger einen jüdischen Studenten und Marathonläufer in New York, der in Geheimdienstintrigen um einen NS-Verbrecher verwickelt wird. In der bekanntesten Szene dieses Films wird Hoffmann von dem ehemaligen KZ-Arzt-Ziel, Laurence Olivier, brutal mit einem Zahnbohrer gefoltert. 1978 spielte er in Stunde der Bewährung einen auf Bewährung entlassenen Kriminellen, der rückfällig wird. Dieser Film lag ihm so am Herzen, dass er dafür sowohl Produktions- und wie auch Regieaufgaben übernahm. 1980 erhielt Hoffmann für seine Rolle als alleinerziehender Vater in dem Scheidungsdrama Kramer gegen Kramer seinen ersten Oscar. Der Film löste eine gesellschaftliche Debatte um das Sorgerecht aus. 1982 konnte Hoffmann bei Kritik und Publikum mit der Travestie-Komödie Tutsi einen großen Erfolg verbuchen. In Sidney Pollacks Film spielte er einen arbeitslosen Schauspieler, der sich als Frau verkleidet, um ein Engagement zu bekommen. Hoffmann war dafür für einen Oscar nominiert, unterlag aber gegen Ben Kingsley für dessen Verkörperung von Gandhi in Richard Attenboroughs gleichnamiger Verfilmung. Mitte der 1980er Jahre war Hoffmann in Arthur Millers Dramatod eines Handlungsreisenden am Broadway zu sehen. Volker Schlöndorff adaptierte danach das Stück für seinen gleichnamigen Fernsehfilm, der in Deutschland im Kino gezeigt wurde. Für seine Darstellung eines hochbegabten Autisten in Rain Man erhielt Hoffmann 1989 seinen zweiten Oscar. In den 1980er Jahren drehte der Schauspieler nur fünf Filme, darunter auch 1987 neben Warren B.T. die hochbudgetierte Komödie I-Star von Elaine May, die zu einem der größten Kassenflops des Jahrzehnts wurde. Dustin Hoffmann während der Dreharbeiten zuliebe auf den zweiten Blick in London, 2008. Ab den späten 1980er Jahren trat Dustin Hoffmann häufig in eher kommerziell ausgerichteten Genrefilmen wie Family Business, 1989, Hawk, 1991, Outbreak, Lautlose Killer, 1995, Odersphere, 1998, auf. 1996 gründete er seine eigene Produktionsfirma Punch Productions, mit der er Independent Projekte unterstützt und fördert. Eines seiner ersten Projekte war die Satire Vag the Dog, Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, 1997, mit Robert De Niro frei nach der gleichnamigen Satire von Larry Beinhardt, in der der amerikanische Präsident medial einen Krieg vortäuscht, um von einer Liebesaffäre abzulenken. Hoffmann, der über einen Mangel an guten Drehbüchern klagte, drehte zwischen 1999 und 2002 keinen weiteren Film. 2003 trat er erstmals mit seinem langjährigen Freund Gene Hackman in der jungerischen Verfilmung das Urteil vor die Kamera. Zwei Jahre später konnte er an der Seite von Robert De Niro und Barbara Streisand mit der Komödie Meine Frau, Ihre Schwiegereltern und ich einen großen Erfolg verbuchen. 2006 übernahm er in der Verfilmung des deutschen Bestsellers von Patrick Süßkind das Parfum, die Geschichte eines Mörders die Rolle des Parfüm-Eiers Giuseppe Baldini. 2011 wirkte er erstmals in einer Fernsehserienproduktion mit, in dem HBO-Drama lag. Darin verkörperte er einen hochintelligenten Glücksspieler, der nach seinem Gefängnisaufenthalt mit Pferdewetten das große Geld machen will. Die Serie wurde 2012 vorzeitig nach der ersten Staffel eingestellt, nachdem zuvor am Set drei Pferde zu Tode gekommen waren. Kung Fu Panda, der am 23. Juni 2008 im Shaolin-Tempel Deutschland in Berlin der deutschen Presse vorgestellt wurde, ist bislang der einzige Animationsfilm, bei dem Hoffmann mitwirkte. Dustin Hoffmann war zwischen 1968 und 1998 siebenmal für einen Oscar nominiert und erhielt den Preis 1980 und 1989. 1999 ehrte ihn das American Film Institute für sein herausragendes Lebenswerk mit dem AFI Life Achievement Award. Im Verlauf seiner Karriere wurden dem Charakterdarsteller viele internationale Preise zugesprochen. Ende Februar 2009 wurde Hoffmann zum Kommandeur des Arts et Lettres ernannt, der höchsten Stufe des französischen Kulturordens. Im gleichen Jahr wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Kontroversen In einem Interview im Jahre 1979 mit dem Time Magazine beschuldigte die Schauspielerin Meryl Streep Dustin Hoffmann, ihre Brust während des Vorsprechens für eine Rolle in einem Stück betatscht zu haben. Im Jahre 2017 unterstellte ihm die Schriftstellerin Anna Graham Hunter, sie sexuell belästigt zu haben und in unangemessener Weise über Sex vor ihr gesprochen zu haben. Dies geschah während der Dreharbeiten von Tod eines Handlungsreisenden, wo Hunter als Praktikantin beschäftigt war. Hunter war zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt, Hoffmann bereits 47. Hunter schrieb im Hollywood Reporter. Als ich ihn fragte, was er zum Frühstück haben wolle, meinte er, hart gekochte Eier und weich gekochte Klitoris. So etwas Ekliges hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich habe mich nur umgedreht und bin ins Bad gelaufen, um zu weinen. Im November 2017 warf die Fernsehproduzentin Wendy Rizkets Ajojones Hoffmann ebenfalls sexuelle Belästigung vor. Trivia 1997 gehörte Hoffmann, jüdischen Glaubens, er stammt aus einer aschkinasischen rumänisch-ukrainischen Familie, zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes an Bundeskanzler Helmut Kohl, in dem das Verhalten des deutschen Staates gegenüber der Scientology-Sekte mit der Judenverfolgung im Dritten Reich verglichen wurde. Der Brief wurde in der International Herald Tribune abgedruckt und sorgte in Deutschland für große Empörung.